Hallo Leute und herzlich Willkommen in einer Folge Microsoft-Historie Und... Es kann sein, dass ich ein bisschen kurz am Hörer Äh, ne, ich bin jetzt gerade aufgestanden, ist mir gerade 8.18 Uhr Am Wochenende Und, ja, jetzt sind wir ein bisschen cool am Hörer Ja, gut Es gibt's Neues in der Region, als erstes, ähm Die Schrift Ähm Die sind ganz gut schütteln Wir sind so sehen hier Das ist so Wir können Kraftverstellungen, äh Zu sein stellen und Sichtbewegung holten Wenn ich gerade für uns nennen Sie wollen Sprach, kann man dann nichts mehr auf Deutsch spielen Und sonst Oh nein Ähm Wieses Ne, woher du Äh, wir haben meistens geschmunzeln. Genau. Muss die Preise jetzt auch noch machen. Ich werde, glaube ich, nötig. Kann ich schon mit Haaren machen? Ja, schade. Ich weiß, viele Bäume vertreten oder welche? Genau, das können wir machen zum Beispiel. Ihr könnt euch hier einen Wintergartenzelle bauen. Ich kann mich Haaren reinmachen. Ich darf's nicht vertreten. Ich kann mich nicht vertreten. Das war jetzt. Wir müssen sehen, wie wir heute sehen. Noch ein bisschen. Ich bin nicht ganz fertig gefahren, leider. Oh, 20 ist da eigentlich gerechnet. So. Das gefällt mir nicht hier. Warte, mein, hat das was? Ob es mir so runter geht? Hm. Weiß jetzt nicht, was da viel dazu? Ich schaff's immer mehr in die Plutare. Ups. Oh, ich hab auch schon Holz hier. Entschuldigung, Idiot. Boah, ist das jetzt nicht so. Erstes Eis muss ich drüben, mal gucken. Oh, zwei noch. Wir haben viel Kohle, wenn wir nicht alles auswählen. Dann krieg ich gerne mal hin. Eine Option hier, wuuu. Ja, was ist das Biss? Wir müssen euch mal anziehen. Schade. Ja. Dann machen wir nur Eisweilzeugen nach. 28. Da ist jetzt mein Eisenschwert. Stepp. Da ist Stepp. Na dann Eis, ich bin zack. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird's gemein. Jetzt ist es halt blind. Ich schaufe und stellen das auch mal an. Ich lass den Eingriff, muss ja. Und dann habe ich mich nicht alles verstanden jetzt. Das ist doof. Das macht das... So wie er steuert. 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 Ich weiß irgendwie alles. Wie das schon hier. Schon gebrochen, aber... Ich baue ihn nicht. Oder? Baue ich noch nicht. Gut. Ich baue dich nicht. Aber... Der Abbaustraum von dem Stein. Das hat ja die so so hohl an ihm. So. 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 Im Jahr. So. Now. So. He's all pentru to to. Haha. Well, war sch halten prayinusen e irlcang power stellt r drainsm v blue q4. Da will them be dangok Cassius. Oh, nuys is mu Dowl. Till. So today. Okay. Ich bin mit dem Wasser scharf, ich bin mit dem Wasser scharf, ich bin mit dem Wasser scharf Das ist eine Wüste Ich muss mal dahin gehen hier Ups Ich habe hier so ein Schneebiom Oh, guck mal ist das auch gar keine Wüste Ich habe hier ein Schneebiom, passt jetzt zu meiner Zeit Wann ist Weihnachten, gell? Ähm, das ist auch eine Wüste, Entschuldigung Na, ich wollte gerne werden Na, warte, ich bin sehr lustig Wie der drittesten mehr kommt Ich habe hier ein neues Büro entdeckt Ich wollte auch nicht, wie er nur in der Alpha gestartet hat Maxi Milds und den Forbs Und die haben einen Wasser Und hier Ich weiß nicht, wie lustig das ist von Minecraft Äh, ein Fluss Äh, ein Fluss Als Biom angezählt wird Das heißt, wenn man im Fluss steht, dann guckt man irgendwie so River, Sea Hm Fluss River Dann doch immer wie so ein Teich Oder Sea Oder Lake Sea Nicht Sea ist doch nicht mehr Und Sea ist mehr Und hier ist auch schon Und Sea So Das war ich wohl immer sehr gerne, ne? Sea mit Sea 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 Das war immer sehr selten Aber gut Ich muss ganz schnell wieder aufnehmen Neun Minuten Ist das wieder ganz schön da, als er hoch gehts hier Ist auch gut Na bitte Also wir werden schon nichts los gewesen Hab ich verstanden schon bekommen Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch in die 1.9 updaten werde Als wir das Projekt durch ist und wir eigentlich mit 9 nicht raus ist, dann bin ich an die 1.9 Aber wir eigentlich mit 9 da draußen ist, danke ich natürlich Aber nur ganz kurz, hier gibt es hier meine Meinung zu zu 1.9 Ähm Was ist hier wieder? Jo Von den Commands werden noch ein cooler Command kommen Ein Christmas Command Furt euch drauf Gut, dass wir sein gewesen Von Minecraft history Was ist direkt da? Abo?